Die Highlights der First Ride Challenge findet ihr sehr bald auf Solution Twitch. Abonniert deshalb sehr gerne den Kanal, um zukünftige Best-Offs nicht zu verpassen. Und jetzt viel Spaß mit dem Bruch von El Quarko. Ich bin der Linker, Jay, ich bin der Linker, ich bin der Linker. Ready to fight. Ready. All right, so here we are back in one of America's most underrated sportscities. Good to have you with us from Houston, Texas tonight inside Toyota Center. And this is the site of one of your biggest, and I know most signature wins of your career against Gus back in 2013. One of the biggest fights in my life was when I beat Alex and Justin. Okay, off 9. Okay, off 9. Okay. Okay. When I retained my championship, one of the hardest fights of my entire life, the Toyota Center is a great fighter. Oberhand, ein paar Lecker, ne? Throwing that jab, no good. The left hook, ein bisschen ausmachen. Oh, das ist so gut. Ein paar Lecker. All right, so one minute into the fight, we've got a full-on brawl here, DC. It's great for the fans, not necessarily for the gas tank, if this thing goes much smaller. Not great for the gas tank, and not good for the old noggin. You can't take so many upside the head. Somebody's going to sleep. All right, so now blood is a factor. You see that he has been opened up in that eye area. Yeah, he's got hit in the eye, and now there's a cut. But it's nothing to worry about too much now. But he's got to be very careful with it as we go forward. And he caught the kick, we'll see what he can do with it. Oh, man, it ain't a Kempe Mutombo, but he is blocking all these shots coming this way. Man, get that out of here. He sees it coming, you're gonna have to mix it up. Oh, das Kraft. Oh, that's it. Oh, God. There's his jab. There's his jab. Oh, fire's just changing the pocket here. Okay. Good. Oh, we strike right to the mid section there. Just over two minutes to go in round one. Oh, man. Oh, shit. Oh, shit. You don't really stand after you take a head kick like this. That is such tough. I'm gonna look at my run home. You're gonna be on his feet right now. Oh, my goodness. Oh, right here. Trying to go to the body now with the kick. That one misses. Well, I'm no fighter, but if I rock a guy to that extent, I feel like I'm closing the show. Absolutely. You gotta go close the show. If you get a guy hurt that bad, you cannot back off. Take your time. He's right for the picking. Go and pick your fruit. I'm gonna fight him. I'm gonna fight him. I'm gonna fight him. I'm gonna fight him. Fuck me. Oh, my God, it's tough. Fuck ass. Fuck ass. Fuck ass. Fuck ass. Fuck ass pedazar. Fuck ass ass. What anrime is terrible. Yeah, no shit. First round for E. Das ist gut. Okay. Okay. Ich bin der Weg. Oh, okay. Let's reset! Nein, los gehts, los gehts, los gehts, los gehts, los gehts Wie lang ist der Überhandschmeist, der Bastard Die Jäger sind in front of each other, kind of going at it Ja, ja Der Überhandschmeist, der Überhandschmeist, der überhandschmeist hat Es ist dort all night Es ist gut, ich weiß Wie clean ist das Jabbai-Potator? Big Carter Der Armagata ist 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 Oh Gott Okay, Quassi Jetzt ruft Wir wissen, Sie sehen, eine Mikel 행me auf dem Torso Wir sehen, das zu der Körper Der Armagata ist Der Armagata ist Der Armagata ist Der Armagata ist nicht da Der Armagata ist Oh, nein! Der Begriff ist alles zufrieden. Der Begriff ist absolut in der Niveau. Er ist ein Schmerz. 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 Ich muss den Taktor holen, ich muss irgendwas machen, das geht so nicht Is just pouring blood at this point, you wonder if that's impacting is breathing by now I was soll ich stimme letzten minuten ich schreibe straight right hand ok spiel ist es hat der oberen rocket ist los ist unrecognisable ist mangel für dieses karte und i think it's probably broken at Das ist der Körper da, ok. Zwei da hinten hier. Oh, die Karte, die ist in den Büchern. Oh, die Karte, die ist in den Büchern. Hey, Alex ist so langsam, er ist so langsam so klumpelig für sich an. Hier ist auch der Führer. Oh, das ist der Führer. Oh. 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 Nein. Gleichives Pan's land and he's got him hurt very bad. Man. Gone. 9. Der Ball ist ein ganzes Strait. So ein Definite Damage underneath the elbow now on the side of his opponent. A lot of strikes to the body, starting to add up. A lot of strikes to the body and mixing up the attack, not being one dimensional, not headhunting inside the octagon. He continues to sway with every huge shot he made. Back and forth we go. All right, so a swing and a miss there and largely due to fatigue. His stamina is low, and he's got to figure out a way to conserve some energy if he's going to have any success later in this fight. And that's the danger in the engagement there. It's okay. Kind of also a little bit of a little bit of a run. It is an absolute mess right now. There is blood everywhere. I wouldn't be surprised at all to see them calling in the ringside position between rounds. Oh, my gosh. A huge block there. About two minutes here to go in round three. He just faked the attack from us. It's crazy. It's crazy. He's out, yeah. Oh, he's landed a high number of total strikes here in the latter stages of this fight. He's really picked up the pace and landing more strikes than he did in previous rounds. No, I don't know how he feels. He just misses with the left hook. Oh, right under the elbow, right on the bottom. It was perfect. It was a perfectly placed shot. I don't see the point of reacting violently from that point. Yeah, we're flying these in flagship. Oh, my goodness, what a fight. Under a minute to go. Well, this fight's been pretty crazy thus far. Both guys going out a lot of damage, and neither seems to bother by it, but clearly both. It's OK. That's it. That was the first fight. ist das game ja ja das ist auch geil das game aber das ist geisteskrank der war so gut man was ich glaube an tony chad nicht makaschef bitte nicht makaschef nick diaz okay baby das ist auch das weiß man sofort ist kein casual der spiel einfach so gekauft hat der kennt sich mit ufc aus das band richtig rein der bastard leckig leckig ist das kombos raus ich werde so sauer schon wieder was soll ich denn tun ja du was machte ich das ist das ist Well, he continues to do a nice job here defensively protecting his head raising the guard and really frustrating Okay Na ja, ist gut, alles gut, er macht nix Oh my god, er ist wieder so ein Geek, ne, er ist so geistig, mein Bruder Ich bin zum Kö... Ach, Bruder, ich weiß, kann es nicht mehr Nein Was mache ich hier? Ich will das nicht Oh my god, take those Under a minute now to go in the round Another punch to the head Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Crazy.. Er Erspampt ne der Hu 하면서 Now er spannt Also Erspam brewer Oh, oh Erspam Ich kann nix tun Das ist der beste, er ist wieder so gut, er ist wieder der Dagger, ich fahre besser mit dem Veloback Garantiert, dass der zweite geht und er ist wieder so ein Ölan, er ist so geisteskrank Vielleicht habe ich hier einen Engel Das ist 20-time, bichens Es ist perfekt. Es war absolut perfekt, John. Great placement on that uppercut. All right, well, good news is he rocked it. Bad news is he wasn't able to finish the job, and now his opponent's back in the fight. I mean, you don't get those opportunities very often. You got to take full advantage of them when they're presented to you. Beautiful strike there as he continues to attack that cut. Cut man's going to have some work to do if we get to the stool between runs. But that's why we got the best in the business. We got the best cut men in the business, and they are going to need him right now because this cut is getting worse. Genzo out. Genzo out. Not bad. He's got to grab him. He's got to recover. Genzo out. They all have fitness always come up right now. Oh! Oh my goodness! Tony Chenhead, I don't know. too bad. Are you not sure how he can shoot now or not? He is. No way for me. That will be if he's got to capacity. Oh. What kind of . . Oh. Oh Ferguson's ever protect the eye there with that block so that is a nice adjustment they're to raise only irgendwie das ist der Real of Tony Schäuble but it would seem to me that if you really goes for it offensively you get him out of there so good good time he can make some adjustments and perhaps defensively raise that goal to prevent any further damage they say the straight loop are the ones that get there first and it's got right to the target oh with authority the body that's going to be foolish ten seconds now to go in the round landed a nasty flying knee to the head oh what a round how good was that I'm on the ground he can't do it he was on the ground I was just on the ground with him it's right I see the following can't do it yeah he's on the last one the last one can't do it ok yeah that's what I'm doing yeah that's what I'm doing yeah that's what I'm doing I'm doing oh he slipped on the shot oh he slipped well there to avoid the left hand coming back he's wise to attack that already damaged area upstairs he's attacking that damaged area for the opponent he's got to get that head moving on an axe he cannot be straight on the center line that center line you gotta get off of it you cannot move forward without moving your head well you know this is the hurt business and both guys are compromised at this stage of the fight yeah both guys are compromised both guys have been beat up both guys have done a great job of landing recognizing what they want to do Toni 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 Unter 3 Minuten nachdem in Rounds 3. Diez wird von der Strait Punch getötet. Das ist das. Das ist das. Das ist das. Das ist das. Schrauben mit dem Platz, Mensch! Bergeson mit einer Nasty Kombination. Ich meine, jeez, Luis. 2 Minuten. 2 Minuten. 2 Minuten. Der H Whatsapp. Der Hzu. Auf Wiedersehen. 3 Minuten. Der Hubschreie, bitte. Du mehr! Ich glaube, das ist großartig. Das ist großartig. Was? Er spielt so viel besser als hier. Was? 50k, baby, somebody's getting paid. These two guys are doing a great job in a fight. That is so competitive. Das ist so... Das ist so... Ich gucke mal, dass ich mich auch... Ich gucke mal, dass ich mich auch... ...wenn ich nur gewinnen kann, wenn ich einen Lucky Flag in die Hütte... Ich habe keine Ausdäumen als das Combos. Oh, jetzt. Oh, oh. Ich habe noch das. Hallo Amuro Amuro Das ist der Darts von Toni Das ist der Darts-Shit Das ist der Darts von Toni Der Darts Oh nein Oh nein Oh gut Oh nein Ambo so gifted it's hard to just lock up a submission but good he's given himself a chance what you never have yeah haha great great submission defense on this play tonight right back what's that I don't think it's broken but starting to show some obvious signs of swell well Picha seems as though he's not gonna be deterred oh yeah that's so much better guys that's critical now Diaz's pass attempt trying to show that looks tight oh good there he's got the triangle choke locked in oh he is out oh he is out that's phenomenal great defense by the defense that's good gotta be careful here oh 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 alles gestört er ist in jeder area messer was ist das was soll ich hier tun er weiß ich kann wenn das kein smoking so ist das ein schiefsteil warum würde er so ich kann nicht sagen ich kann nicht sagen 1.000 aus der 1 holen Tomi Tepnisch Ja, 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 ich sage, dass sie nicht in Wälder gehen sollen ich habe 20 minuten gesehen wo habe ich bessere chancen hier oder was soll ich hier tun was soll ich hier machen wenn die gegner wenn die gegner so bleiben das ist ja komplett oder ich habe es doch gesagt ich konnte nichts mehr tun du kannst zwei gegner jetzt dings nehmen weiß ich nicht aber das waren zwei die waren so viel weiß ich fand die idee aber der zweite war sogar noch besser der erste war gut aber okay ich gebe rein ich gebe rein max ist der gleiche nein 15 in an und Das ist der gleiche Bedeutung. Ein relativ fast, ne? Die Pitschung. Das ist der gleiche Bedeutung. Das ist der gleiche Bedeutung. Das ist der gleiche Bedeutung. Der nicht großer Bedeutung. Der hat den Marketing nicht mehr so gut. Und das ist großartig. Ich habe den Einzelnen nicht mehr so schlecht. Der Maria ist der massen warfare. Ich glaube, er arbeitet jetzt nicht mehr. Er bleibt auch noch stehen, wenn wir den Attacks noch ein bisschen schneller kommen. Crazy UFC-Digger. Ich glaube, ich habe ein neues Spiel. Ich habe ein neues Spiel. Ein Witzgericht in-Place-Kick da bei Olivera. All right, well, he made no bones about his game plan. He was gonna attack the body and he does so effectively yet again. How about the discipline? How about the discipline to stay the course? To not rush. To not go headhunting. Knowing that down the line all these body shots will pay off for him. And now you can see it's starting to happen. And now they are struggling both sides with convictions. Well, someone described this as critical condition. That eye is absolutely mangled. I wouldn't be surprised to see us get a stoppage here so far. Yeah, I mean, Johnny, look at his face. He's been beaten up for a very long time. I could see the doctor coming into the ring, looking at the cut and saying, I've seen enough. Ooh, look at the setup, the head kick, but he misses. Under 30 seconds. This is so crazy. Yeah, this is so crazy. Look at this, big guy. This is an absolute beat. Pulling off a lot of shots in the pitch section. And these will take their toll as this fight goes into the laterizing. Round two is next. Heading back to the corner now after that round. Holloways Eye. ich bin aber ich weiß dass er so viel besser ist ich ich mache eine gute gute körper ist okay warum muss das nur die roten freut Ja, ich sehe, hier geht's, Rund 2, wie gut ist das, Max Haller und Schauspieler. Die nächste Runde ist jetzt auf der Weg. Ich dachte, es war eine gute Back-in-Fuhr-Faktion. Es war nicht ein Firefighter. Es war nicht zwei Leute, die Kitten zu sehen. Ich bin ein Glück. Ich bin ein Glück. Ich bin ein Glück. Das ist wirklich auf die Runde. Er ist so bad. Ich weiß, was er zu tun ist, was er zu tun ist, was er zu tun ist. Holloway ist ein absoluter Blut-E-Messch. Cut Man weiß, dass er seine Arbeit für ihn hat. All right, so an opportunity goes by. Oh, das ist ein Glück, Bro. Oh, ein Glück. Oh, das ist ein Glück. Oh, das ist ein Glück. Oh, das ist ein Glück. Man, Holloway at his relentless best. No breathing room for the opponent as he continues to press forward here. Oh, das ist ein Glück. So, das ist wirklich so. So, he's really starting to put together some significant body shots here. These are gonna take their toll as this fight goes up. All right, go back and forth action. But they pause things here, DC. They're gonna call you the ringside position and take a look. It's a nasty cut. Well, you gotta check one. Because you don't know, if the fighter's gonna be able to continue. Fighters always wanna fight. But it's up to the ringside position to tell them if they're capable of. Stop it, starkes damage. These fans are hollies. I knew he was gonna stop it. Ich fühl mich in der ersten Runde. Aus meinem Chat eben meinte einer, der wäre angeblich ein Engländer. Ob's jetzt stimmt, keine Ahnung. Keine Ahnung. Vielleicht auch einfach so abgehoben, dass er mich halt so ficken wollte in der ersten Runde, aber es war schon ins Ersass. Das war auch ginkt schon. Gib mir den Conner, gib mir den Conner! Ich brauch jetzt auch einen Conner. Gib mir den Conner, gib den Conner! Sofort und fick ihn! Ich hab nur vier Sterne. Okay, ich gehe gut. Du bist bereit? Du bist bereit! A Super Bowl feel in this arena tonight. This fight card sold out in a matter of minutes. Two big reasons why Conor McGregor and Justin Gaethje. I mean, this is the type of fight that you can only dream about. You know how dangerous Conor is. You know how much of a sniper Conor is. You notice how guys try to stay out of the way. Gaethje is not trying to stay out of the way. He wants to cause that train wreck. He's gonna get right by Jason McGregor. It's gonna be all the way to the fight. Let's get started. Oh my god, the guy sees this for my chances. He's a lot. Tremendous body kick lands to this guy. Alright, early round action here. No surprise to see Justin Gaethje go to the leg kicker. I mean, we saw Justin Gaethje just demolish guys with those leg kicks before the UFC and now as he is in the UFC. This guy is a tremendous fighter. He is a fantastic leg kicker. And you see him using those weapons today. Alright, looks as though that strike maybe opened up a cut around the eye area. Yeah, looks like that strike opened up a cut, Jon. But it's nothing to worry about now. But he's gotta start to protect it. Oh, really good job by him there to raise the guard DC and block those shots coming as well. He does a great job of blocking all incoming strikes. Back and forth we go. Oh, he gets caught again there by another hook. He's connected on a few so far here in this round. Right back to it there. Well, you don't blame him for continuing to badger that cut. Things are getting bloody champ. Yeah, you gotta be careful now because as it bleeds... Alright, they should have got some caught up, they should have got some caught up. It's one thing to land a hard shot. It's another thing completely to land a perfect shot. And that was a perfect shot. Oh, nice body shot. Late round action here. I can barely hear myself inside this arena. Many of these people have come to see Justin Gaethje. And he has rewarded them with his striking time. I mean, that's what he does. Right? Well, that swelling is getting out of control to that end. You see, the referee has paused the action. The action. The hand-break modus? If this fight can continue, champ. What's so noticeable? You got a check. 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 If it doesn't want to continue. It looks as though he will. Crowd loves it when the doctor lets the fight continue. I love it. I love it when you let... Round two now is upon us. Conor McGregor vs. Justin Gaethje. I like to... I just want to... I have to leave it. How he might approach the early battle since this time. It looks down. I have to leave it but... Grave it back to him, my head. He's got a look. He's got a look. Conor's face and start making him work from the word go. Start to make Conor fight at a pace that not many human beings can keep. Make him work 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 work. Pop up straight down the pipe. Okay, Conor. I hope to find the fence. Man, these guys have... Da, this is a fight. Oh, man this is... Schwer leckiger Straight down the pipe Kalf kick Klausio Klausio Wunderable 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 Mark Du Well placed kick there by Gaethje. Nice little shoulder kick there. Full fighter starting to open up a little bit. Well Gaethje's nose is bleeding now. Yes, looks as though he got cut by one. I'm not sure his opponent knows where he is. No, he doesn't know where he is. He's hurt real bad. That punch landed in the perfect spot. Oh, no. Oh, no. That is Conor McGregor! No. No. Big elbow there! It's under three minutes now to go on the round. Staying busy from bottom position here. Oh, back to the left! No, I might leave now. That one landed clean again. Well, it's been a wild fight thus far. Perhaps a contender for some bonus money it fights in. These guys are going to have to dig deep. They're both hurt. They're both hurt. You expected it though. You expected a close fight. You did not expect a war like this though. Where both guys, from the moment they said fight, went forward, got in each other's face, and just beat each other up. It's Benjamin. Stay straight down the pipe! Oh, man! Just out of range with the straight left hand. Great, it slipped. oh my god he's cucked Und da ist es, Justin Kechi. Wow, that was nasty. Ach du Scheiße, Digga. Ach du Scheiße, Chorong. Ach du kacke Shit, Digga, das ist all over. This is not over here, this is not over. Es ist BAM BAM! Heitui, Wasser, ist es. Das ist Level 1, aber besser wird es nicht. Wenn der mich fängt, dann ist es vorbei. Mixery, klick zu seinem deutschen Namen. Mixery, CO, Gehort. John Jones, maybe. Crazy Pawn. BAM! 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 Die Andralovski, KS. Bruder macht es für Level 1, dass ich mich bewegt habe, Peach. Stopped him. He has been very durable. We saw that nasty knockout of Rashad Coulter. The leg kick went into the eventual knockdown. Tremendous stuff on our... BAM! Oh, Big left! He lands a huge right hand. Massive head kick. Was für Level 1, Dicker! Ich schwöre, Gänsehaut. Ja, jetzt. Äh, er täuscht transitions all this. Äh, crazy. Er täuscht transitions all this. Äh, er täuscht... Ach du. Bruder, ja. Es ist so krass, es ist krass. Es ist krass, es ist krass. Er täuscht... Es ist, es ist, es ist, es ist, es ist, es ist krass. Es ist krass, es ist krass. Ich schau auf, du Peach-Kindager. Das... BAM! BAM! Oh, verdammt, die Connectors vorbei. Jetzt zum Körper. Jetzt knackst du dir jetzt zum Körper, du Bastard. Oh, mein Gott. Oh. So, Arlovski ist in Halb threat the shirts ground and pound. Nee, auf jeden Fall wäre das schwerer, Digga. Äh, ist das krank, Bruder? Es ist so gestört, was hier abgeht, Digga. 90 seconds to go. Ja, block da alles, der blockiert ja, das ist so krass. Und ich bin der, ich bin der fette, der am Boden liegt, oder? macht doch gar nichts doch die spieler wissen schon das games doch immer dieses also die spieler wissen sofort was er macht das geht auch mal gezockt haben du weißt 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 dass wir für absurde also im stand-up geht er sogar aber sein ground game ist wieder so gigastark get caught by that straight offensive oh big shots exchanged in the pocket there just miss with that shot is blocked by the pit bull one more starting to do some really significant damage to the body here another strike lands there und ich mich im boden hier ist es ist es guter feite mich was auch so so perhaps he's gonna have to address something defensively there is a legitimate nein die ich kann die take-down defense in the night in the house in the house and that is loud and other strike land for the kickboxer is very big really and when this guy gets into his booth he is hell on wheels it's funny that the answer is rockin the bastard doch diese oberhändler das war ganz schön Wie blockt ihr den Takedown? Wie blockt ihr den Takedown? Ich verstehe es nicht. Wie kann ich den Blocken? Wie kann ich den Blocken, den Takedown? Ich muss es halt riechen. Das ist auch gleich. Hier sind wir nicht. Werte Wundershirt. Es gibt uns ganz fünf. Krass. Jetzt kommt unser Elbow. gänsehaut auch diese einen oberen Ohren Hängt vielleicht aufs Niki haben wir auch ihn jetzt bitte nicht total ist das ein schnitziger nein nein alles wie kann der level 1 sein gut herr kürzlich die 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 Zwei Malen Zwei Malen Zwei Malen Zwei Malen Zweite Nein BÄM BÄM Nein Geist, der hat die Runde zu Ende Zwei Elbungen ist das Ding aus der Jam Zwei Elbungen, er sieht nur den ersten Tom Das ist ein Loser nicht Okay Vielleicht mit John Jones Es ist ja nicht K.O. keiner, aber das ist wahrscheinlich Prime André Rowski Vier und noch zwei und muss ich überleben Muss ich da wirklich ausgenommen Das ist der Mission. Nein, haben wir ihn. Ich denke, was ist das für ein Krummball? Das war die Beweb für die Runde. Ja, das war der Ausdauer. Ich habe Angst, was zu tun wird. Das ist der Headkick, das ist der Headkick. Ich weiß nicht, er bockt das wieder. Schon so gelockt. Total der Pitchkamp, digga. Er blockt wieder alles, digga. Wie kann der wieder zu dem Level sein? Was? Der Referee hilft dir hier. Der Referee wird niemals einen Mann aus dem Mountain nehmen. Er wird nicht einen Mann aus dem Backen nehmen. Du musst ihn aus dieser Position nehmen. Oh, er bleibt einfach, dass er diesen Kuss um den Eindruck hat. Du musst, dass er seine Vision kommt. Okay. Okay, aufstehen. Basta. Panax, für die Mutter. Nein. Ein Lang zum Körper, oder? Headkick? Nein, ich will. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Checkt er mich aus? Der Wun? Okay, bitte, bitte. Dr. Starpitch. Dr. Starpitch. Ref, komm schon Runde 4, bitte. Ich weiß nicht was ich z Maul mache. Nur kurz drücken, nicht aufladen, aber so. Ich muss den Körper erstricken. Der ist der Hauptmann, oder? Der ist die Elbos wieder. Das ist immer zu fern. Das riecht der wieder her. Nein, raus. Ich glaube, das war alles. Gänsehaut, wirklich. Ja, so, kippen wir unten auf. Wenn ich jetzt zum Körper gehe, bin ich anfällig für Uppercuts, das ist das Problem. Aber im Groundgame sieht man so, ob jemand Geek ist und sagst mir, Sequel ist ein Geek. Dein Groundgame ist krass, Digga, er hat so viel Zeit hier auf dem Ground. Okay, Chat, letzte Runde, letzte Runde. Ich dachte, ich sollte vorhin sein, was die Punkte angeht, müsste ich ganz klar drüber. Er wartet auf dem Konter, er wartet so auf dem Konter. Zack, das ist die Kombo. Rektrooom! Bam, bam! Guter Fall gibt er mir. Knappes Ding. Digga. Ich wollte eigentlich zum Körper gehen, ich habe mich quasi gefettfingert. Oh, hey, im Bar-Sri-Dive-Style! TJ Dillish, okay, TJ. Dimitrius, eigentlich müsste ich Mighty Mouse, oder Mighty Mouse kann alles, Digga. Mighty Mouse kann alles. Er kann alles. Das mit Unranked habe ich nur gesagt, weil ich halt sicherstellen wollte, dass gleichere Gegner kommen. Aber ist nicht so. Okay, ich bin links, Jörg, ich bin links. Bapp, schöner Konter. Bapp, 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 bapp! Zack, Leckick! Da bin ich doch! Zack, zum Körper! Bapp, bapp! Okay. Okay. Okay, alles gut. Bapp, bapp! Das ist Mighty Mouse! Bapp, ich bin der Dunkel. Wer ist das? Ist das von der Kai? Ist das zurück? Ach, zum Körper. Nein, das ist der Körper. Lass aufpassen auf den Cut. Bapp, zum Körper wieder. Head Kick, oder immer! Nein, nein, nein. 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 Images Mighty Mouse. Nein. 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 Oh, mein Gott, es ist noch ein War hier, nein. Ah, die Eibos! Ab. Ab. Ab, noch einer. Straight. Oh, warte. Oh, gut. Elbows. Zwei zum Körper. Zum Körper. Buch. Auslage ändern. Aber Gott! Oh, ne. Das ist zum Körper ein. Der Läcke. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne. Guter Fight, Digga. Guter Fight. Guter Fight. Guter Fight. Guter Fight. Guter Fight. Guter Fight bis jetzt. Nicht unser Hand gehen. Gut, ich darf nicht auf den Boden gehen, falls er gut ist da. Ich darf, ich muss jetzt hier mit den Stamm beenden. Schrei. Schrei. Strecke. Schrei. Und Konter. Und so. Oh, ich habe da recht. Ja. Und ein Hup. Ab. oh they're trading huge shots here we'll see who's the last man standing well we may have the best cut men and women in the business but I'm not sure they're gonna be able to do that but it continues to ride in with every passenger huh oh he gets up the question is for how long oh the big left hand this is mighty bounce hey you bastard oh the clinch I've heard oh there he goes working off that jab again how's your jab i mean the jab is nice i love doing the jab but you realize that as the body the body the fight oh 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 Alex, ich mach's für dich. Ich mach's wieder gut. Ich mach's wieder gut für dich. Ich bin der rechte. Ich bin der rechte Chat. Mit der Glatze. Ja, leckig ist ihn da. Das ist der Greif. Okay. Bap. Gut. Bap. Okay. Aber das ist auch ne Kombo vielleicht, okay? Schade. Und zum Körper ein. Oh, oh. Klapper wieder ein. Und wieder hoch. Und runter da. Und wieder ein zum Körper. Oh. Da hat kein Aufbau mehr. Und dann geht's runter. Und dann geht's wieder rein zum Körper. Gut. Und leckige Maul. Hier zacken Kleines. Er mockt nach Scheiße. Er ist nicht gut. Was macht der? Okay. Okay. Nein. Wieder zum Körper. Der Fall ist sehr winnable. Ich mach auch noch Scheiße. Aber so, ich glaub ich bin besser als der. Tag zum Körper wieder. Ab. Ein zum Körper wieder. Okay. Er geht für K.O. Er wird mich auslocken. Tag zum Körper. Ja. Okay. Ja. Körper, gut. Schön, schön. Schön zum Körper, da gute Arbeit zum Körper. Ist gut. Gute Ausdauern. Ah. Okay. Oh nein. Aha. Oh, was ich? Mhm. Oh. Okay, okay. Ich meine, ich muss auf den Cut aufpassen, auf den Cut. Lass mal aus, lass mal aus. Ja, ich muss mehr auf den Körper gehen, ich will mehr rauf. Ich will immer zu viel auf den Körper. Okay. Ich bin dann anfällig für Upper Cuts. Oh mein Gott. Uh. Zack, schön, zwei zum Körper wieder rein. Ah. Straight. Gut. Aber was hat man noch nicht so? Ja. Schöner Komo. Schöner Komo. Vier. Das ist so gut, hoch. BAP! Ah, der Körper krank rein, aber das ist gut. Gut, ruhig. Das ist so langsame Hilfe. Rieses, Digga. Ah, du Bastard. Nein, nein. Das ist gut. Gut, gut. Schnell auf du Bastard. Das ist auch gut. 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 Das ist der Karl. Er ist zurück. Puh. Okay. Okay. Vielleicht war ich anlucky mit den Gegnern gestern. Gut. Richtig. Oh, wichtig. Schöner Fight. Schöner fucking Fight. Ich spiele ganz so viel besser als gestern. Aber die Gegner, das sind auch keine guten Gegner. Ich muss es auch fairerweise sagen. Das sind halt, die gehören rein in die Vision 3. So muss es sein. Zobbi Lola. Ich nehme die Antworts. D�in Zobbi Lola. Ich bin Zobbi Lola. Mal Kicken. Ich konnte nicht... Also... Als ich einmal gekickt habe, einmal zu viel, heute bin ich für eine Bombe rein. mit der linke ok 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 ist so wie leuer am bohlen und den Körper das lag wieder das ist keine vorgenauern oder das ist für die verbinden hier nein 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 das ist ein schweiziger aus Wird noch nicht mehr verwendet? Head kick die Kalle ab! Ich mach mal wieder slipen, ne? Komm wieder slip, aber er hat keine Ausdauer. Ich dann reinhau... reinhauen die gute combo zu nehmen Jem schon ab im Körper wieder Oh Just over two minutes to go Oh When a hit move to do some really significant damage Okay, but I'm going to go Oh, that's all too long That's a big thing whenever you're blocking high-kicks, man, you cannot just take the But I get some cover game with it So far a frantic pace as expected So far a frantic pace as expected Oh good effort now And now he's hooked Bam! Question my pick Oh 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 The workout is in the books And the workout is in the books And what's cool is that you're going to do? I'm going to take a look at that The workout is in the books And the workout is in the books Just make sure that it doesn't continue to bleed And provide further adversity for him in this fight Let's do it I'm not sure that we have a lot of fights There was a big knockdown Okay So, he's going to play Fight the fight Oh, how strong I'm sure I'm sure That they're both You can see that chest And, yeah No Oh That is a hard left hand that lands for Leon Edwards And as usual DC let us fight Do the talking tonight Let us fight do the talking tonight Let us fight do the talking tonight Let us fight do the talking Let us go down This is dangerous man He's here to win Go back to England And do his thing with his family And do his thing with his family He's not going to do Das ist so gut, das Headmovement ist krannig. Es ist so einfach, es ist so, dass es mit den Clinchen. Willst du den Clinch mal? Okay. Das ist so dumm, ich mach nur, es ist das gleiche, ich brauch Kombos. Richtig, hoch mal gehen und jetzt runter, Bab. Na gut, 4. Ja, das macht es, das macht es. Ja, das macht es. Das ist gut. Das kann auch nicht mehr ausgehen. Okay, das müsste ich haben. Aber es ist Robby Lola, Jade. Es gibt auch ein paar andere Kombos. Das ist die Kombo. So, bap, bap, bap! Nein! Er kann ausprobieren was. Oder? Oh! Und den chicken dance? Okay, alles gut! Nein, nein, nein. Gut! Gut! Jetzt sind wir hoch. Ah! Da, ich bin umbleiben sollen, ich bin umbleiben sollen. Das ist Leon. Rocky Edwards? Ja! Nein! Wuuu! Wuuu! Well, defense doesn't necessarily win championships in England. Da ist er oben. Oh ja, Bitch, hä? Hast du dich mit dem Fallschlange gelegt? Das ist Chicken. Da gibt's ne Uppercut hier aus dem Licks. Woo! That will do it! Holy smokes! In this game? Ja, sehr geil. Wenn du immer das mit Picknuss in das Flossen soll, ne?